Hallo liebe Freunde des gepflegten Aufbau-Strategie-Spiel-Spaßes. Was denn? Habe ich es diesmal richtig gesagt? Ich glaube, ich musste eher drüber lachen. Aufbau-Echtzeit-Strategie-Spiel-Spaß. Aufbau und Echtzeit-Strategie-Spiel-Spaß. Ah man. Schwierig. Ja, Tag Zuschauer. Hallo. So, ich habe gerade festgestellt, dass ich nicht genug Eisen habe. Ah, Eisenmangel. Anämie heißt das. Also, ja, also Stahl. Also eigentlich baue ich auch Hochölfen. Kann ich die mit Arbeitern bespicken? Oh geil, dann kann ich die Insel ja voll missbrauchen hier noch. Das gefällt mir. Inselmissbrauch? Nein, das ist praktisch, weil dann hat das auch einen Sinn, dass ich da jetzt noch Arbeiter drauf gepackt habe. Und dann kann ich nämlich in Stahl hier produzieren. Das ist sehr praktisch. Ich meine, groß genug ist die ja, dafür die Insel auf jeden Fall. Mhm. Was denn? Mhm. Ja, ne, ja, ja. Ja, ja, heiß! Ich höre nur Missbrauch. Leck mich am Arsch! Ein Feuer ist ausgebrochen. Ähm. Ja, na klar. Herr Röde, ich singe das nicht so. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Alter, bei mir ist gerade die Rumprennerei explodiert. Ä, ja, 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 ja. Die können die ja noch brauchen, Stahl bestimmt. Die Bop, aber hier vorne wollen wir noch ein paar mehr. 30, 30 Stahlbeton. Haben wir denn jetzt hiervon noch? Ja, Stahl wird nimmt ab bei mir. Stahlproduktion, da musst du irgendwas machen. Ich guck mal, Kohlehammer. Kohle! Kohlehammer! Eigentlich muss ich Eisenhammer sagen. Könnt ihr bitte auch das andere noch löschen hier. Die Küche, die brennt auch. Epidemie schon wieder. Was? Fergel. Was machen die denn bei dir? Pimpern. Ungeschützte... Ohne Schlechtsverkehr. Ohne Schweinsdarm oder Schafsdarm oder was sie damals dafür benutzt haben. Ja, Katzen oder sowas. Jetzt hätte ich fast mein Tee auf die Tasse gespuckt. Was? Katzendarm? Ja, ich glaube schon. Pui. Was habe ich denn mal irgendwann für... Oder die haben Geigen da mitgebaut. Kann auch sein. Müssen wir mal gucken. Ich google das mal schnell. Wo war denn das? War das irgendeine Serie? Oder... Katzen. Kondome für Katzen. Das interessiert mich ja jetzt. Kondome für Katzen. Schlägt mir Google vor. Oh... Na ja. Ei! Ja, ich weiß nicht. Ach, da muss ich meinen Adblocker ausschalten. Das kann ich nicht lehnen. Shona steht bereit. Jedes Mal... Komm ey. Wir helfen, wo wir können. Spielstand gespeichert. Ach, Schafsdarm ist hier. Schafsdarm, hm. Hm. Ja, man kann natürlich diese ekelhafte Vorstellung umgehen und direkt ins Schaf. Das macht mich besser. Oh, ich bin gewillt auf meinem Soundstream-Deck was zu drücken. Ah, das hörst du ja eh nicht. So, komm ich schon wieder rein, man. 6 rein damit. Ach, jetzt bin ich schon da durch den Wind gekommen. Ich wollte ja hier hoch rufen. Dafür brauche ich aber zweimal Köhlerei und nicht nur einmal. Ich hält. So. Ähm. Aber das geht nicht, weil ich da nicht genug, was fehlt mir dafür? Steine. Und für die Hochölfen brauche ich noch mehr Steine. So, aber ich kann ja schon mal die Handelsroute erweitern. Das ist nämlich diese. So, lad ein. Stahl. So, mein Schiff mit den Ressourcen müsste eigentlich... Wo ist denn das? Ach, da unten. Ach, hier? Achso, naja. Oh, und wieder gegen den Wind. Oh, mein Schnappes geht runter. Oh, ich muss dringend das scheiß Öl mir holen, ne? Hast du eigentlich zwei Stahlbetonwerke jetzt oder hast du nur eins? Ja. Ja, ich habe zwei gebaut. Aber da braucht man ja... Warte mal. Kann man mit einer Mine zwei bis versorgen? Geht das? Mit einer Zementmine? Oh ja, tatsächlich. Oh, feuerfrei hier. Problem ist bloß, es nützt mir grad nix, weil ich nicht genug Stahl habe. Neue Befehle? Nicht gut. Und das Schiff da ist Ewigkeiten unterwegs. Hm, kann man das nicht? Guck mich der Weile mal in die neue Welt. Auf ihren Befehl. Ich müsste eigentlich auch mal wieder ein bisschen... Oh, was ist hier? Ach Mensch, man kann doch beim Krankenhaus auch... zusätzliche Krankenschriften mobilisieren. Ja. Ich hätte längst drauf klicken können. Verdammt. Hast dich gewundert, warum die immer noch ohne Schafsdarm pimpern oder was? Ja. Genau. Ich mach grad bloß noch 2700 plus. Das finde ich ein bisschen bedenklich. Hm. Wie viel machst denn du gerade? Vier. Was ist denn mein Problem? Tausend. Natürlich. Naja. Was ist mein Problem? Ja. Ja. Rum. Rum ist das Problem. Ähm. Das Admiral auf der Brücke. Trinken die den schon? Die trinken doch hier noch gar kein Rum. Bruder! Ich glaube ich muss da mal manuell eine kurze Rumlieferung in die alte Welt schicken. Ähm. Ist das hier mein Rumschiff? Bereit für den Einsatz. Naja. Es sind grad 60 Tonnen rum unterwegs. Aber... Naja. Spielstand gespeichert. Ich frag mich grad, ob der Weg hier kürzer wäre. Ähm. Eigentlich... Obwohl das wäre sogar noch kürzer. So. Bereit für neue Befehle. Hallo. Lad aus. Was ich auch blöd finde, was früher glaube ich ging, dass wenn du ein Schiff in der Reichweite von dem Hafen hast und du klickst auf die Ressourcen, die im Frachtraum sind, dass die automatisch übergeladen werden. Und jedes Mal öffnet sich erst dieses Umladefenster. Ich klicke da immer doppelt und dann denk... Ja. Egal. Hat mich auch von Anfang an gestört. Einsatzbereit. So... Das Schiff sollte jetzt eigentlich da sein. Neue Befehle. ach, das hatte ich sogar schon krass warum wollen die jetzt nicht abgequillt ich fühle mich taufrisch und lebendig oh sag jetzt nicht, ich habe zu wenig Arbeit Leute, ernsthaft zur Stelle zur Stelle neue Befehle Schona steht bereit muss man ja verbinden die Lagerhäuser die meckern da sonst rum sollen sie doch nach Mecca gehen wirklich jetzt ja worum meckern sie haben uns aus der Gosse geholt aber kann man das nicht wie ist denn das, wenn man da so Schiff-Klick macht oder Kontroll-Klick oder so auf die Ware das geht auch nicht habe ich noch nicht versucht beim Schiff ausladen ja ja also das geht nicht ja manchmal gibt es also ich verstehe es nicht also einerseits warum man solche Komfortfunktionen dann wieder in der späteren Spiel nicht mehr drin hat oder ob man es mit Absicht nicht reingenommen hat kann ja auch sein wobei ich mir das fast nicht vorstellen kann ich habe gesehen was die Mopsfrau gerade gesagt hat so warum haben wir denn nicht so viel Hopfen wie wir ja dreimal Hopfen äh sechsmal sechs Hopfen Spielstand gespeichert was ist denn hier los warum produzieren die nichts achso die haben nicht genug Leute äh vier Brauereine das ist da habe ich wohl falsche Reihenfolge oder falsche Menge gebaut okay drei drei zwei zwei vier Brauereine zwei zwei sechsmal fünf drei vier vier so versteckt die flaschen der bosch kommt das ist der ölhafen natürlich scheint aber zu passen die attraktivität ihrer stadt hat sich verringert die leute gehen auf die barrikaden was doch müssen gerechtigkeit hier auf erden meine handwerker gehen auf die straße warum das sind bitte süße melodie jetzt muss ich in der polizei war eigentlich auf der hauptinsel dödel verstehe ich ehrlich gesagt nicht weil eigentlich außer rum sind diese noch zufrieden aufstandswahrscheinlichkeit gestiegen achtung die propaganda fenster noch was für eine wunderbare erfindung die eisenbahn ist vater wird erfreut sein davon zu hören ihre bevölkerung hat die revolution ausgerufen aufstand ist außer kontrolle was ist jetzt hier sieht denn das aus die straßen streik wenn ich nur wüsste warum hallo ich dachte hier geht aus vielleicht hilft das ja hallo Moment so kriegst du jetzt Geld von mir ja echt du auch von mir also also ich glaube ich weiß nicht genau wie das funktioniert aber wir wir kriegen auf jeden Fall Geld voneinander das ist ja ein ding können die jetzt mal aufhören mit streiken ich schaue noch eine polizei los ach polizei habe ich gar nicht gespeichert ne brauche ich normalerweise auch nicht also was sind die überhaupt ja ich kenne das normalerweise auch nur so dass die die dass die die produktionsgebäude bestreiken und nicht aber in der stadt ausrasten ich bin auch teil dieser bewegung wegen der umweltverschmutzung streiken die das ist natürlich kacke gold braucht man erst für die müssen die braucht man schon relativ zeitnah ja ok dann müssen wir mal aufrußen die insel die insel zu